hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal ich habe euch heute mal wieder was mitgebracht ein paar von den mary spezialkollektionen heute werden wir zwei davon öffnen falls euch das gefällt das auf jeden fall schon einen daumen hoch da und ab in die handycam so da ist das gute stück es liegt genau vor mir nummer eins von nummer zwei was haben wir da drin wir haben opiko lang gabi und langer in einer xxl version quasi und dann noch fünf booster von weg des jams ja mary ist vorne mit darauf opiko in evil ist mit da drauf und langer hinten drauf steht noch mal eine kleine beschreibung die könnt ihr gerne mal durchlesen wenn ihr möchtet dann hier noch mal die auflistung was da schönes drin ist leider haben wir keine spielmatte wie die englische version hiervon da ist eigentlich eine playmate drinnen von wo mary dann drauf ist mit opiko glaube ich finde ich schade aber dafür kriegen wir glaube ich einen poster wenn ich mich nicht täusche ja da würde ich sagen öffnen wir das gute ding schauen ob wir dieses mal was schönes aus den boosern sehen können also let's go so hier haben wir das poster genau das motiv was eigentlich auf der playmate drauf wäre alles klar packen wir aber mal zusammengefaltet zur seite und holen mal die karten raus darum geht es mir ja hauptsächlich was mir wichtig ist dass ich die promokarten bekommen mit der zeit und alles muss nicht immer alles sofort sein aber am ende möchte ich die promokarten schon gerne haben wo lang gar möchte auf jeden fall zuerst rauskommen dann peco so schauen wir uns das mal an der zustand der karte würde ich sagen ist gut das oland gar kommt mir bekannt vor das sieht aus wie das ganz normale oland gar was man aus dem bus dann von weil sich flambe finsternis oder so bekommen konnte oder gleich starre bellen ich bin mir gar nicht sicher ist halt eine promo hier drauf sieht man so ein bisschen so diesen diesen abdruck von der verpackung seht ihr das weiß nicht ob man das weg kriegt sieht nicht so aus das finde ich ein bisschen schade aber gut dann ist es eben so aber ich habe die promo halt das ist das wichtige so kommen natürlich alle immer es lief ganz klare sache hier ist ja auch noch eine pin drin die habe ich ganz übersehen hier haben wir auch noch eine pin von mo peco in böse quasi sehr schön hier haben wir die große karte da kann man einfach nichts zu sagen es ist halt eine große karte die packe ich mal zur seite und hole mal die booster hier raus den code lasse ich drinnen liegen was für artworks haben wir wir haben zweimal garde war zweimal den kuchen die torte und einmal karl malm karl malm karl malm oder karl malm okay bei der anderen version bei der anderen kollektion ist das mit dem abdruck auf der karte nicht so das heißt jetzt habe ich auch das oland gar in normal also in guten zustand so wunderbar aufgeteilt hier haben wir die booster liegen hier haben wir die booster liegen und dann würde ich sagen machen was einfach mal auf die hits werden dann hierhin gelegt und hierhin gelegt ich denke mal dass wir nicht so viele haben werden deswegen legen wir jetzt einfach mal los mit den boostern dieser kollektionen also gucken wir mal ob wir heute etwas glück haben werden drückt mir gerne die daumen wenn ihr möchtet und der letzte erstes buch dann kann man ein booster code karte kommen raus 1 2 3 4 sehr schöne sache und let's go legen wir los mit dem ersten booster beginn mit einer wasserenergie ein viktini haben wir hier ein kabu rüpel von timiel gala geradax brimova wablu suro keks in kanivana sanja in reverse und dahinter ein euro keks in holo das booster ist doch falsch rum das müsste doch nach rechts rüber geklappt sein das ist interessant dass das hier nicht geschehen ist okay alles klar machen wir natürlich trotzdem auf also jetzt noch nichts besonders gezogen was mir auch mal in den sinn gekommen ist dass man ja mal so ein format machen könnte wo man die polo oder die wer quasi erfüllen muss was das für eine ist was für eine rarität quasi und auch welche karte ist genau ist könnt ihr mal in die kommentare schreiben wie die die idee so findet auch mal die man umsetzen sollte oder ja ob das schwachsinn ist über einer suro keks felinu gala zickzacks und eine mary ok drei booster haben wir aber in dieser kollektion noch ich habe die auch nicht zu überteuerten preis gekauft die ganz normal für 35 euro die das ding geholt na also ich kaufe keine produkte zu überteuerten preisen bei der top trainer box ja kann man sagen dass man mal 10 euro oder so drauf liegt oder vielleicht sogar 20 aber mehr auch nicht weil es einfach ein sehr schönes produkt ist und wenn man das ausgeben möchte kann man das machen man kann natürlich auch irgendwo gucken ob man das doch mal zum normalen preis kriegt oder man wartet einfach vielleicht kommt ja noch mal reprint wie jetzt auf für verborgenes schicksal im januar 2021 zu viel stadion haben wir hier und als noch mal ein euro keks ok euro keks will mich heute mobben habe ich das gefühl zwei booster schauen wo das falsch rum ist war das beides gerade war ich nicht gerade war oder ich weiß es nicht keine ahnung könnt ihr gerne noch mal zurückspulen gucken ob es beide beide male ein gardero war und ich schaue währenddessen mal was hier in dem booster drin ist so eine elektroenergie ein kleopada ein rübel timiel bis jetzt also leider noch nichts was mir in meiner sammlung fehlen würde gezogen das ist sehr schade aber wir haben ja hier noch ein paar booster vor uns das heißt da können wir noch was schönes ziehen was ich auch super gerne ziehe sind diese energiekarten in reverse hier haben wir das rettern gezogen und dahinter ein altaria also bis jetzt nur vier normale holos in dieser kollektion letztes booster ist ein garderois also eine v-max oder ähnliches wäre doch noch recht schön würde ich behaupten wenn man sowas noch ziehen könnte hier in diesem in dieser kelle kollektion kelloktion genau wollen ja alle kello essen ja und damit wären wir auch schon durch die erste kollektion fast durch also wo die sind ein bisschen gebogen interessant die fühlen sich ein bisschen gewählt aber ich freue mich schon auf das set farben schock wie sieht es da bei euch aus freut ihr euch auch schon darauf welche karten findet ihr da am schönsten wie findet ihr die amazing rest die kommen werden schreibt es mir gerne in die kommentare ja also ich bin ein fan von ich finde es auch cool dass die auf dem charakter slot quasi sind auf dem reverse slot ähnlich wie bei welten im banner mit dem charakter wert war ist glaube ich auch so gewesen ja letztes booster haben wir hier noch was schönes drin wir haben ein suru kex in reverse und als letzte karte hier in der mary also diese kollektion war echt mary lass ich wir haben zweimal mary in holo gezogen das ist sehr schade muss ich sagen ja gesleeved werden die karten natürlich nachher zweimal eine doppelung drin in den holos sehr sehr schade also das ist keine schöne ausbeute für solch eine kollektion für 35 euro aber ist okay ich habe meine beiden promos dadurch bekommen in einer in einem guten zustand das ist doch auch was wert würde ich sagen so fangen wir an mit der zweiten mal gucken ob die dafür umso besser gönnen kann ich habe ja schon ein paar videos auch mal dazu gesehen und auch zu anderen weg des james produkten da ist es ja durchaus auch so dass man da mal richtig gut hintereinander ziehen kann weil hier ja einfach alles komplett random ist wie man sieht also man hat keine wirkliche ratio drinne und deswegen lassen wir uns einfach mal überraschen wir haben hier auf jeden fall eine feuer energie was ja schon mal ein gutes zeichen ist ja wir haben hier einen hopp den bibor ein primano noch mal den pokeball iskala ich glaube von den normalen karten fehlt mir auch so gut wie gar nichts mehr ein kleopada und dahinter haben wir ein kamalm in via guck mal das geht doch schon besser los hier haben wir auf jeden fall eine wie die ich glaube ich noch nie gezogen habe das finde ich doch schön somit wird meine sammlung dadurch ist schon mal erweitert ja das ist ja das wichtige klar kriegt hierdurch dann auch tauschkarten durch diese sachen hier aber ich glaube nicht dass dafür groß was gegeben werden oder gegeben wird weil die halt wirklich nicht teuer sind die karten wobei ich die preise von mary zum beispiel gar nicht kenne das müsste eigentlich da ist ja glaube ich eine spielstarke karte ist müsste die schon in euro gehen also wenn ich wäre traurig ich weiß es aber wie gesagt gerade nicht könnt ihr mir auch gerne als info in die kommentare schreiben wenn ihr es wisst oder wenn ihr gerade mal nachgucken wollt gardevoir das zweite pack hier ja aus dieser kollektion zweite gardevoir booster und gönnt es uns nochmal oder nicht schauen wir mal diesmal haben wir eine kampfenergie ein armbok ein hopp das smart rotom ein hyperheiler ein surokex ein finelou ein machollo ich habe mir übrigens auch die pre-release kits vorbestellen können von farben schock da wird dann auf jeden fall auch ein opening zu kommen vielleicht sogar zwei mal gucken ob ich alles in einem video mache oder in mehreren aber dazu kriegt man ja auch noch jeweils drei glaube ich preis booster hier haben wir sehr schön davon habe ich doch gerade eben noch gesprochen die reverse energien sehr sehr schön anzusehen guckt euch das an wie das aussieht mega mega schön ja da kann man echt nichts gegen sagen und dahinter haben wir noch ein inferno port in holo ja das ist jetzt wieder eher nicht so toll aber gut die reverse elektroenergie kriegt auf jeden fall eine hülle wie würdet ihr das rückblickend bewerten dieses set dieses weg des jams denke das video hier wird auch ein bisschen später rauskommen als ich es aufnehme deswegen ist es definitiv ein guter zeitpunkt wo man das hat auch mal rückwirkend bewerten kann ja deswegen schreibt es gerne mal in die kommentare ja also ich bin da über meinungen sehr gespannt zum anfang des sets gab es ja viele meinungen und auch viele negative meinungen natürlich weil das set so vergriffen und zu teuer war von den resellern macho in reverse und ein altar ja in holo hier schade drei zwei booster haben wir noch um ist ich dachte wir hatten noch drei aber wir haben nur noch zwei dann kann man sich auch an sie ausrechnen wenn man die holen ist die sonst zählt die man gepult hat oder die natürlich natürlich die elektroenergie ist ja auch mein fehler mein gedanken fehler so vorletztes booster gucken wir mal ich habe auch noch mary box im petto das heißt wenn wir noch mal ein opening machen wollen oder ich noch ein opening machen möchte dazu können wir das theoretisch noch mal machen so wir haben hier eine psycho energie ein super ball ein smart rotom kala manero also ich würde schon fast sagen dass ich die anderen auch noch öffne öffnen werde weil ich hier halt auch wenig für meine sammlung ziehen konnte hier haben ein hyper tank in reverse und dahinter haben sie ein volvo rock in holo auch wieder eher mehr letztes booster kommt jetzt das ist auf jeden fall normal verschlossen ist wieder ein mir fällt der name wieder nicht ein pokus an pokus an ist es sein in vmex schauen wir mal ob uns das jetzt noch mal glück bringen wird jetzt doch einmal alle in die daumen drücken wünscht mir glück weil es es noch nicht getan habt ja und letztes booster startet mit einer stahl energie ja so wie es wie wir sehen wollen das letzte booster immer mit einer stahl energie wie vor ist dabei top ist mal wieder mit am start ist übrigens die einzige character die man in full art ziehen kann in diesem set hier huanliu kokuna ok kommt jetzt noch bieber nein schade carnivana und als reverse haben wir hier ein zick zacks und als letzte karte hier für diese kollektion für dieses opening haben wir ein zirgade holo schade also diese kollektion waren wirklich sehr sehr mau muss ich sagen tja das finde ich schade ich werde jetzt alle einhüllen ihr könnt gerne gerne in die kommentare schreiben wie ihr das fandet eure bewertungen dazu in die kommentare euer feedback zu diesem set hier nachwirkend ja ein abo ist natürlich auch kostenlos könnt ihr auch gerne da lassen und ansonsten würde ich sagen sehen wir uns beim nächsten mal wieder die glocke aktivieren nicht vergessen falls ihr das abo da lassen solltet und dann war es das von mir an dieser stelle euer andy von collect and trade bis zum nächsten mal und ciao